Ähm... Was ist das jetzt?! Alter! Ich will sehen, wie der Track heißt. Oh, war klar. Irgendwas von irgendeiner GEMA-freien Seite. Keine Ahnung. Was soll denn das jetzt? War ich da unten? Da ist da Lava. Das ist, glaub ich, zu Hilfe-Fackeln, oder? Nee. Gut, da unten war ich scheinbar schon mal. Hier irgendwo ist ein Zombie. Sind da unten. So, wie komm ich da hin? Ah, zum Beispiel zack am Arsch. So, und weiter runter bauen. Irgendwo ist es... Ach, da ist es vorne. Ah, hier bin ich. Uninteressant. Woa. Hat Flaps grad ne neue Datei erstellt? Hab ich mal gemerkt, dass der ne neue Datei erstellt? Ach du Scheiße. Ist ja auch in Ewigkeit näher. Ah, noch viel mehr Kohle. Noch kann ich sie mitnehmen. Ist aber doof, dass ich so schnell volllaufe. Braucht mal ein größeres Inventar. Kann man sich das nicht irgendwie skillen, dass man mehr tragen kann? So wie bei Skyrim oder sowas. Einfach Ausdauer-Skillen. Kann ich schneller rennen und mehr tragen. Das muss ich ja schon wieder, um effektiv zu sein. Wieder nach Hause. Dann Inventar aufräumen. Und wieder herkommen. Das will ich doch nicht. Aber die da oben nehm ich jetzt mal nicht mit. Ich nehm jetzt das da noch mit und dann war's das so. Jetzt gehen wir weiter auf Redstone-Jagd. Das Eisen land ich noch mit. Und Eisen hab ich noch nicht viel dabei. Und ich will doch mit großen, vollen Taschen heimkommen. Vor allem mit großen, wenn's geht. Ah, stimmt. Wir waren hier grad hier oben. Hab ich ganz vergessen. Die Kohle lass ich jetzt mal liegen, weil Kohle haben wir jetzt langsam genug. Ja. Zumal das Inventar auch langsam voll wird. Werde ich wohl den Helm bald wegschmeißen. Also Kohle lass ich liegen. Haben wir sonst hier noch was rumfliegen? Ich glaub nicht. Gut, ähm... Die Musik lässt mich wieder vorsichtiger werden. Auf der einen Seite ist es schön, dass wir so harmonische Musik hier in der Höhle haben. Auf der anderen Seite krieg ich ein bisschen Schiss. Ein bisschen Pippi in die Hose. Ach du Scheiße, da unten ist Lava. Lava. Boah, die Scheißspinnenviecher. Die Blöden. Die Blöden. Ausgeburten der Hölle. What the fuck? Bin hier unten? Ach du Scheiße. Boah, bin ich tief. Bin da unten jetzt. Da ist Redstone. Das heißt, ich muss Platz sparen. Wir haben da Redstone. Redstone ist wichtig. Vor allem Redstone ist noch Diamanten. Und wo Diamanten sind, ist auch bald ein toter Droggy, soweit ich weiß. Weil ich hab einen Fluch auf mir. Sobald ich Diamanten hab, bin ich tot. So, wir schmeißen mal die Kisten weg. Wir schmeißen mal das da weg. Weil dann kann ich Diamanten und Redstone aufsammeln. Boah, da geht's hoch. Eigentlich will ich gar nicht mehr weit um den heißen Weih stolzieren. Ich will jetzt direkt nach da unten. Direkt Diamanten und Redstone abfarmen. Aber ich hol mir hier erst noch das. Der alte Entdeckergeist will es so. Boah, am liebsten würde ich das auf Peaceful schalten und dort einen Diamanten feiern. Was der Diamanten sind. Ich weiß ja genau gar nicht, ob der Diamanten sind. Weil wenn das mir hier zu viel wird, ganz ehrlich, dann schalte ich auf Peaceful. Das ist jetzt die längste Höhenerkundung, die ich je mit Monstern gemacht hab. Weil... Privat, nenn ich's mal, erkunde ich immer ohne Monster. Ach, komm schon. Ich brauche Fackeln. Zum Glück gehen die nicht aus. Das wär ja noch schlimmer. Dann wär ja jede Höhle bei jedem Besuch wieder dunkel. Finde ich hier noch zurück? Ich weiß es nicht. Und ich will zur Lava. Zur Höhle, hör auf. Da bring mich näher. Bring mich näher dran. Ja, war nur ein scheiß Rundkurs. Gut. Würde ich sagen. Ach, da... Da ist die Lava. Da ist Redstone. Das heißt, da sind noch Diamanten, hoffe ich. Da geht's schon wieder rüber. Je tiefer wir kommen, desto gefährlicher wird es, bekannterweise. Und das da, das ist Obsidian. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Boah. Ja, schießt du mich doch in die Lava rein. Genau. Das würde ich auch zulassen. Nee, ohne mich, Alter. Ohne mich. Liegt da? Nee, das ist... Das ist Redstone. Das, was da rumdampft, ist Redstone. So, ich würde jetzt hier gerne die Lava zubauen, aber ich hab Angst. So, erstmal den da, den da, den da. So, das ist gleich unglaublich dunkel. Und dunkel. So, da hin. Weil Lava ist nämlich heller als, ähm, Fackeln. Was man gesehen hat. So, da ist Wasser. Hallo Pipi-Strahl, wo führst du hin? Scheinbar an keine ordentlichen Orte. Ähm... Wo ist denn das? Ach du Scheiße, ich will hier eigentlich gar nicht hin. Der Pipi-Strahl verlangt das von mir. Naja, egal. Ich mach wieder runter. So, Obsidian kann man nur mit einer Diamantspilsacke abbauen. Also, wer das mal versucht hat mit einer Eisenspilsacke, das dauert erstens ewig und zweitens kommt nix raus. Also, lohnt sich. Wundervoll. Boah, ich will hier ausleuchten, damit ich zur Lava kann. Damit ich zum Netz tun kann. Damit ich zu Diamanten kann. Falls da Diamanten sind. Ich weiß jetzt schon, wie ich die Folge nenne. Das ist schon schlimm. Ich find's schlimm, wenn man im Voraus schon weiß, wie man die Folge nenne. Boah, ich da grade ist ein Diamanten. Boah, Alter, verarsch mich doch. Scheiß Höhle. Scheiß Höhlen-Ding, du. Nein! Boah, du tötest mich nicht. Du tötest mich nicht. Scheiße. So, und nehmen wir hier noch die... ...das bisschen Eisen mit. Höhle. Äh, Musik, mach mir nicht so Angst. Ich warne nicht, wenn du mir jetzt Angst machst. Wenn ich dann Todesangst kriege und wegrenne, ohne Diamanten gesammelt zu haben, dann... ...schlag ich dich. Lapis Lazuli. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Da krieg ich mir ja Erfahrung für. Also, die einzigen zwei Sachen, die man abbauen kann und Erfahrung dafür kriegt, das ist Kohle und Lapis. Wie man grad gesehen hat. Und Lapis, das ist Farbe. Lapis Lazuli ist Farbe. Keine Ahnung, wer es ausspricht. Lapis Lazuli, weiß nicht. Ich bin nicht wieder glitzern die ein bisschen. So ab und zu mal. Ich geh jetzt hier total auf Nummer sicher, wie man sieht. Da ist Redstone. Wenn man da drauf tritt, aktiviert er sich so ein bisschen. Und leuchtet dann da rum. Ach, da kriegt man auch Erfahrung für. Und zwar nicht zu wenig. Aber die Scheißen haben ordentliche Inventarfolge, wie man hier sieht. Da kommt immer vier oder drei raus. Pro Lapis Klotz. Sollen wir mal da mal das Wasser weg. Wenn man sich Wasser aufbewahren will, macht man vorne dran einen Cobblestone, dann bleibt die Quelle erhalten. Aber, da ich finde, ich werde hier nie wieder reingehen und mir Wasser holen, mach ich an der Quelle zu. Wenn man die Quelle zu macht, versiegt das Wasser. Und ja. Wollen wir mal hier mal Licht. Wollen wir mal. Ach, da oben geht es ja auch noch lang. Sind hier jetzt Diamanten oder nicht? Ich weiß es nicht. Da oben geht es lang. Da geht es lang. Da ist Redstone und Diamanten. Äh, Redstone und Lava. Ich hoffe mal, da sind Diamanten. Ich hoffe es immer noch. Ich rede die ganze Zeit davon, aber ich weiß gar nicht, ob die Diamanten sind. Das ist eine Fackel. Ach, hier bin ich. Warte doch grad. Eisen. Direkt vor der Fackel? Ich habe es nicht abgebaut, aber wir müssen nicht abgebaut. Woran welchem Ort bin ich hier eigentlich? Ach, das war hier? Ach, hier? Ach, da ging es noch runter. Ich weiß gar nicht. Ganz vergessen. Da ist noch dieses Kohlevorkommen, was ich mir aufbauen wollte. Nein. Boah, ich lasse mich viel zu viel ablenken. Ich lasse mich viel zu viel ablenken. Ich traue mich eigentlich gar nicht mehr hier irgendwie was abzubauen, weil ich will nicht die Gefahr erwöhnen, dass man mich kaputt macht. So, das ist nur Kohle. Die nehme ich nicht mit. Boah, eh, Alter. Wir haben jetzt jetzt so viel Lava. Wenn hier jetzt nicht ein Diamant ist, dann wäre das sauer. Aber ein Diamant bringt uns auch nicht viel. Wir brauchen mehrere. Allein schon, weil ich mir eine Diamantspielzake machen möchte, damit ich Obsidian abbauen kann. Ich habe noch keine Diamanten gesehen. Ich habe noch keine Diamanten gesehen. Noch keine Diamanten. Und ich bewege mich hier sehr vorsichtig, weil in die Lava fallen ist ätzend. Das ist mir auch schon oft passiert. Wenn man ja sieht, das macht ziemlich schnell zig. Und dann ist eigentlich der ganze Spaß schon vorbei. Das gibt's doch nicht nicht ein Diamant. Guck schon, das guckt doch ein Diamanten aus. Boah, warum wird nur so weit runter? Übrigens sollte es übersetzt nicht Rotstein, sondern Blutstein heißen. Weil er heißt im Englischen Bloodstone. Ich weiß gar nicht, sieht man das hier? Nee, Redstone. Nee, 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 falschrum, falschrum. Im Deutschen ist es übersetzt als Blutstein, was ich gar nicht verstehe, weil hier steht ja Redstone. Also müsste es Rotstein sein. Aber es wird übersetzt als Blutstein. Wo führt die Lava hin? Bzw, was birgt sie für mich? Sind hier Diamanten? Boah, Alter. Hier ein Fehltritt. So was von am Arsch. Da ist Eisen, das rentiert sich nicht. Wären das Diamanten, würde ich da hinkraben. Aber es sind keine Diamanten. Hier ist keine Diamantschaft. Gibt's doch nicht. Nicht ein Diamant. Verarsche. Ich geh jetzt vielleicht nach Hause. Fertig. Keine Lust mehr auf diese Höhle. Oh. Da ist noch Gold. Cobblestone. Hm. Hallo Gold. Ich weiß schon, wovon man Gold gebrauchen könnte. Bauen wir uns halt, ähm... Card Booster. Also... So... Booster Schienen. Damit man mit der U-Bahn schneller fahren kann. Und vor allem auch besser. Ja. Oder so ein Reisen. Aber kein... Kein Diamant. Warum ist er kein Diamant? Warum gibt's ja keine Diamanten? Was soll das? Ich will Diamanten haben. Drogi will Diamanten. Hm. Aber ich glaub das Let's Play ist noch zu früh für Diamanten. Ja. Der Let's Play Gott will noch keine Diamanten für uns bereitstellen. Ja. 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 Ja.